Was wollen wir hier noch gleich? Wir lassen ein paar Fahndungsplakate drucken und bringen sie überall an, um die Öffentlichkeit einzuschalten. Außerdem kriege ich 10% Familienrabatt. Hey Leute! Keine Zeit zum Quatschen. Wir sind in einem Wettlauf gegen die Zeit, um Leben zu retten. Ein Streifenhörnchen wird vermisst. Ist ja furchtbar. Seit wann sucht man es schon? Seit 15. Tagen? Minuten. Und jede Sekunde, die ich mit dir vertrödle, ist die Sekunde, die mir fehlt. Hast du mal einen Dollar? Ich will mir was aus dem Automaten ziehen. Danke, schreib's einfach an. Abzüglich 10%. Tja, ich weiß, was du denkst. Duffy und ich verbringen viel Zeit in einer emotional aufgeladenen Umgebung miteinander. Wie leicht kann es zwischen zwei Personen, die ein gemeinsames Erlebnis verbindet, plötzlich vorkommen, dass der Funke überspringt? Na, ich wollte dir nur sagen, das wird bei mir und Duffy nicht passieren. Ja. Hat dich auch nicht befürchtet. Okay, nachdem mein Blutzucker wieder unter Kontrolle ist, können wir uns auf den Flyer stürzen. Oh, wie wär's mit einer Belohnung? Gute Idee. Aber wie kann man den Preis für menschliches Leben festsetzen? Was red ich da? Ist ein unnützer Nager. Schreib 5 Dollar. Okay, jetzt klebt das Foto von Tosch dahin. Wir haben kein Foto. Was wir außerdem nicht haben, ist Zeit. Das Streifenhörnchen ist jetzt seit 16 Minuten verschwunden. Vielleicht sollten wir gleich aufgeben und nach Hause gehen. Das kannst du ihm nicht antun. Und die Spinne ist noch da, also... Tja, wir können nicht nach Hause. Du hast recht. Wenn wir kein Foto haben, dann malen wir eben ein Bild von ihm. Uh, okay, ich geb nicht gern an, aber man behauptet, ich wär ne große Künstlerin. Nein, warte, man behauptet, ich wär ne große Flötistin. Nein, das ergibt keinen Sinn, denn ich spiel gar keine Flöte. Vielleicht hat man mir irgendwas über Sauerkraut gesagt. Warte, was wollten wir gerade machen? Und ein Streifenhörnchen malen. Uh, das kann ich. Ich geb nicht gern an, aber man sagt, ich wär ne große Künstlerin. Oh, gut, okay. Hier noch ein bisschen Schatten. Was sagst du? Ich weiß nicht recht. Nur diese beiden großen Hauer da vorne, das sieht irgendwie dämlich aus. Nichts für ungut. Und wie ist das? Besser. Und wenn wir ihm was anziehen? Zum Beispiel einen weißen Anzug, um seine Reinheit zu betonen. Oh ja, so als wär er das unschuldige Opfer. Das find ich gut. Hm, jetzt ist es etwas zu weiß. Vielleicht braucht er einen Spritzer Farbe. Oh, das sieht gut aus. Wie wär's mit nem Hut? Das verleiht ihm Persönlichkeit so. Hey, seht mal her, ich hab nen Hut auf. Ja, das ist unser Typ. Das ist das Ziel von Tosh gewesen, kam er je an. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Nach Fingerabdrücken suchen. Ach, wir brauchen keine Fingerabdrücke. Lass uns lieber Spuren sichern. Richtig, Spuren sichern. Das find ich gut. Ich liebe es, Spuren zu sichern. Wenn ich's mir recht überlege, brauchen wir eigentlich nur ne DNA-Probe. Richtig, eine klitzekleine Probe DNA. Kommt sofort. Willst du nicht reinkriechen und nachsehen, ob er drin sitzt? Oh, wie lustig! Nein, kein Streifenhörnchen. Uh, aber hier liegen haufenweise Briefe rum. Ach, wirklich? Hm, nicht so geräumig, wie ich's mir vorgestellt habe. Was wissen wir bis jetzt? Wir wissen, dass man in Briefkästen nicht reinklettern darf. Was sonst noch? Äh, dass Feuerwehrmänner nicht begeistert sind, wenn sie dich mit einer Schere aus dem Kasten befreien müssen. Was sonst noch? Dass die Stadt verlangt, dass man den Briefkasten bezahlt oder stattdessen 1100 Stunden Gemeindedienst leistet. Was sonst noch? Dass Tosh immer noch vermisst wird und wir ihn nicht gefunden haben. Ach, da war doch noch was. Ich hab das Streifenhörnchen ganz vergessen. Tja, dann fangen wir doch mal von vorn an. Oh, da. Das und dann das. Aha, interessant. Warum nicht? Gut möglich. Das. Ah, ich ahne, worauf du hinaus willst. Hat dich ganz vergessen. Du bist gut. Was sagst du dazu? Ich finde, das ist genau der Durchbruch, den wir gebraucht haben. Ja, wir können uns besser konzentrieren, wenn wir ein paar Kekse gegessen haben. Ich dachte, die Kekse würden uns weiterhelfen, aber jetzt bin ich nur tierisch müde und satt und mir wird gleich schlecht. Tja, das Streifenhörnchen ist ja seit einer Stunde verschwunden. Ich finde, wir nehmen einfach das Schlimmste an und schließen den Fall ab. Aber wie bringen wir das dem armen Kerl bei? Keine Ahnung. E-Mail, SMS? Das Beste an diesen Hightech-Gerätschaften ist, dass man Distanz wahren kann, wenn man schlechte Nachrichten überbringen muss. Oder? Wir müssen ihm die schlechte Nachricht vielleicht gar nicht überbringen. Komm mit. Ich muss an meinen Blutzucker denken. Wo steckst du, Tosch? Schon wieder falsch. Da bist du. Wo steckst du, Tosch? Wir haben ihren Freund gefunden. Wo ist er? Tada! Ich schätze, der Fall ist gelöst. Mein lieber Tosch! Wo warst du nur? Wie? Ich weiß nicht, was du meinst. Nachdem ich den Brief eingesteckt habe, war ich eine Stunde im Park. Ich dachte, es wäre schön, etwas Zeit allein zu verbringen, aber um ehrlich zu sein, habe ich jede Sekunde davon gehasst. Anscheinend will ich überhaupt nicht allein sein. Ich will nur mit dir zusammen sein. Und wieso erzählst du mir nichts? Du hättest einen Zettel schreiben können. Aber das habe ich doch. Ich habe es auf den Blog neben der Kasse geschrieben. Lieber Meg, ich gehe in den Park, um ein bisschen allein zu sein. Du wirst jetzt sicher sagen, es gefällt mir nicht. Mach dir keine Sorgen und so weiter und so fort. Tosch! Ich gehe in den Park, um ein bisschen zweifцен und so fort. construir 준비 zu sein. Du wirst ein bi gesagtisches, ohne ich übrigens einen Platz. Du bist.